Rente muss für ein gutes Leben reichen. Einmal im Jahr kommt Post von der Deutschen Rentenversicherung. Für viele mit einer schlechten Nachricht. Die Rente wird nicht reichen. Seit über 15 Jahren befindet sich das Rentenniveau im Sinkflug. Immer mehr Menschen droht der soziale Abstieg. Die wachsende Rentenlücke durch private Vorsorge wie Riester zu schließen, funktioniert nicht. Und was passiert, wenn nichts passiert? Dann wächst die Rentenlücke. Und wer heute jung ist, den wird es im Alter besonders hart treffen. Denn die gesetzliche Rente leistet weniger, als sie eigentlich kann. Und das ist die Folge einer bewussten politischen Entscheidung. Die gesetzliche Rente wurde zugunsten der privaten Altersvorsorge absichtlich geschwächt. Doch keine andere Versicherung ist so zuverlässig wie unser solidarisches Rentensystem. Statt sich allein auf den Kapitalmärkten durchzuschlagen, stehen alle füreinander ein. Mit der richtigen Rentenpolitik schaffen wir den Kurswechsel. Um massenhaften sozialen Abstieg zu verhindern, muss das Rentenniveau stabilisiert werden. Für eine starke Rente. Vielen Menschen fehlen wichtige Beitragsjahre oder ihre Einzahlungen sind zu niedrig. Hier muss ein Ausgleich geschaffen werden. Da hierfür keine Beiträge ins Rentensystem geflossen sind, brauchen wir mehr Steuern für die Rente. Beitragserhöhungen werden ohnehin auf uns zukommen. Statt auf einen Schlag sollten die Beiträge geplant und sinnvoll angehoben werden. Ist die gesetzliche Rente gestärkt, kann darauf die betriebliche Altersversorgung aufsetzen. Finanziert von den Arbeitgebern. Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gemeinsam für eine sichere Rente, die für ein gutes Leben reicht. Kurswechsel. Die gesetzliche Rente stärken.